Herzlich willkommen zur Astlepios Gesundheitssendung. Man rutscht aus, man stürzt und schon ist es passiert. Man bricht sich das Handgelenk und zwar an der Innenseite. Der Arzt spricht von einer distalen Radiusfraktur. Das ist der häufigste Knochenbruch, der uns passiert. Wir waren nun in der Notaufnahme, da wurde der Bruch gerichtet. Er wurde gegipst und die Frage ist, was jetzt? Mit OP zusammenwachsen lassen oder ohne OP zusammenwachsen lassen? Bei mir ist Dr. Andreas Hellweger. Er ist Chefarzt der Orthopädie und Unfallchirurgie an der Astlepios Klinik Weißenfels. Schön, dass Sie Zeit haben. Vielen Dank für die Einladung. Angenommen, ich möchte jetzt keine OP haben bei meinem Handgelenksbruch. Wie würde das jetzt für mich weitergehen, wenn ich zu Ihnen kommen würde? Das kommt erstmal natürlich auf den Knochenbruch drauf an. Also erstens die Bruchform, die ist entscheidend. Es gibt ja Knochenbrüche, die sind nicht so kompliziert. Und es gibt Knochenbrüche, die sind kompliziert. Dann kommt es immer darum, wie weit ist das verschoben und wie weit ist das nicht verschoben. Und dann ist ja, wie wir schon sagten, der Fall eingetreten. Ich war gestürzt, war in einer Notaufnahme. Es wurde geröntgt, es wurde der Handgelenksbruch festgestellt. Dann wurde das jetzt ruhig gestellt mit einem Gips und ich werde nach Hause entlassen. Und jetzt muss man sich das Röntgenbild eben genau anschauen. Und dann ist die Frage, was möchte ich? Möchte ich eine Operation oder möchte ich keine Operation? Und wenn der jetzt so eingerichtet ist, der Knochenbruch, dass er wieder so steht, wie er vorher ist, und der Knochenbruch jetzt von der Einteilung her nicht so kompliziert ist, dann gibt es auch die Möglichkeit, das ohne Operation ausheilen zu lassen. Das heißt, es ist eingerichtet worden, konservative Therapie, sagt man dann, und mit einem Gips oder einem Kast, das ist so Plastikgips, ruhiggestellt. Nun muss man natürlich wissen, wenn ich das jetzt ohne Operation möchte, dann habe ich nicht das Risiko einer Narkose, ich muss nicht eine Nacht im Krankenhaus bleiben, ich muss nicht in den OP, es muss nicht geschnitten werden, operiert werden. Und es gibt keine Wundheilungsstörungen und, und, und. Auf der anderen Seite, wenn wir jetzt erstmal bei der konservativen Therapie sind, muss man auch wissen, dass dann der Arm eingegipst wird, also der Unterarm, das Handgelenk wird eingegipst. Und das für sechs Wochen. Also der braucht sechs Wochen, der Knochen, bis er fest ist, und der braucht drei Monate, bis er belastungsstabil ist. Immer, also auf jeden Fall braucht er das immer, der Knochen. Ob er operiert oder nicht, ist es trotzdem so, dass der Knochen ja heilen muss, und der Knochen braucht sechs Wochen halt, bis er fest ist, das heißt, bis man das so bewegen kann. Aber bis sie wirklich richtig wieder Belastung machen können, axiale Belastung, also Liegestütze, Mountainbike fahren oder nochmal rauffallen oder solche Sachen, da muss man schon drei Monate rechnen, bis der nun richtig fest ist, der Knochen. Jetzt sagten Sie gerade, wenn ich da einhacken darf, man bekommt so einen Gips. Also wie muss ich mir das dann vorstellen? Ist das irgendwas, was ich da nachts abmachen kann oder so? Nee, genau. Also der Gips wird eingerichtet, der Bruch, dann kommt ein Gips dran. Und dieser Gips, da gibt es verschiedene Formen, der ist ein bisschen gespalten und der muss dann nochmal geändert werden und sowas alles. Aber wenn ich es nicht operieren lasse, dann ist das Handgelenk in einer Stellung ruhig gestellt, in der der Knochen heilen soll. Das heißt aber, ich darf diesen Gips oder dann später die Orthese natürlich nie abmachen. Wie? Wenn ich es abmache nach zwei Wochen und das Handgelenk bewege, dann ist alles das, was ich erreicht habe in den zwei Wochen an Knochenheilung quasi wieder aufgehoben. Dann habe ich es ja wieder zurückgedrückt und dann geht es wieder von vorne los. Also auch nicht nachts abnehmen, auch nicht eine Stunde abnehmen am Tag? Man kann es natürlich, man könnte es abnehmen, darf es aber auf alle Fälle überhaupt nicht bewegen. Das heißt, wenn sie es nachts schon mal gar nicht, dann machen sie unbedachte Bewegungen und schlafen und schützen sich ab und machen es hinter den Kopf und so. Und dann ist es plötzlich wieder angeschwollen, tut wieder mehr weh und sowas alles. Wie das so ist, es hat die konservative, also die Therapie ohne Operation oder die Therapie mit Operation, das hat alles Vor- und Nachteile. Wenn ich kurz nochmal bei der konservativen Methode bleiben kann. Sie sagten, klar, also wenn das währenddessen, während das noch Zusammenhalt wieder verrutscht ist, schief. Wenn ich durch die Zeit durch wäre, durch diese ersten sechs Wochen, ist denn dann wenigstens alles gut ohne Operation? Oder kann mir später auch noch was passieren damit? Also das ist so, Sie haben den Unfall, es wird geröntgt, es wird eingegipst, also eingerichtet, eingegipst. Und dann muss man immer Röntgenkontrollen machen, nach einem Tag, nach drei Tagen, nach sieben Tagen, nach 14 Tagen. Es muss also immer wieder geröntgt werden, um zu gucken, ob es sich auch im Gips, es ist ja so, das schwillt dann ab. Das heißt, der Gips ist dann irgendwann zu groß. Da muss umgegipst werden oder auf eine Orthese gewechselt werden. Das heißt, eine Bandage mit Kleppverschluss, die eine Stabilität gibt. Aber man muss das ja immer kontrollieren. Wir können ja den Knochen nicht sehen von außen. Auch der Arzt kann es nicht von außen, sondern wir können es nur über ein Röntgenbild machen. Um zu gucken, bleibt es jetzt da oder ist Bewegung drin? Bewegt es sich wieder in Richtung des Bruches, wie es damals war? Und wenn das dann so ist, was mache ich jetzt? Lasse ich das so? Akzeptiere ich die Fehlstellung von 5 Grad, 10 Grad, 15 Grad? Wo hört es das auf? Und was möchte ich später erreichen mit meinem Handgelenk? Also wenn Sie jung, aktiv und sportlich sind und sagen, ich muss mein Handgelenk auf alle Fälle, es muss genauso sein wie vorher, ich muss die maximale Leistungsfähigkeit und Bewegungsfreiheit von dem Handgelenk haben, dann muss man das schon sehr genau im Auge halten, auch wenn man das konservativ behandelt. Denn wenn es einmal in der Fehlstellung zusammengewachsen ist, es ist dann wieder nach hinten gerutscht, ist dann aber so fest geworden, weil man nicht Röntgen kontrolliert hat oder das nicht weiter in der unfallchirurgisch-orthopädischen Weiterbehandlung war, dann haben wir ein Problem, weil dann müssen wir operieren, aber eben viel aufwendiger. Ach so, später nochmal. Nee, dann wird man nochmal operiert. Ja, man kann aber, glaube ich, sogar auch noch Arthrose kriegen, obwohl man später nicht operieren muss oder so, ne? Ja, also Arthrose ist ja so, wenn ein Gelenk gebrochen ist, dann bricht der Knochen und es ist aber auch so, dass wenn die Gelenkfläche beteiligt ist, die Gelenkfläche selber auch gebrochen ist und da ist Knorpel drauf und der Knorpel ist gequetscht und der ist auch verletzt und gerissen und der Knochen unter dem Knorpel ist von der Durchblutung abgehängt zum Teil. Das heißt, wenn man das dann wieder einrichtet, ist noch nicht jetzt die Frage geklärt, kriege ich eine Arthrose, ja, nein, kriege ich die Arthrose früher oder später, sondern das muss ja trotzdem, wir Unfallchirurgen können das wieder einrichten, hinstellen, wie es war, aber heilen muss es am Ende schon selber. Also der häufigste Knochenbruch bei Menschen, das ist der Handgelenksbruch. Man schätzt 200.000 Handgelenksfrakturen, also Handgelenksbrüche im Jahr in Deutschland von der Anzahl her und das ist aber eben schon ein Unterschied, was man eben sehen muss. Man kann nicht nur sagen, Handgelenke gebrochen, ja, nein, sondern wir müssen auch den Menschen sehen. Es gibt also junge Patienten und es gibt alte Patienten. Bei den jungen Patienten sind es häufig Hochrasanztraum, also Verkehrsunfälle, ich stürze aus großer Höhe runter und stütze mich ab oder eben beim Inlineskaten, Fahrradfahren, Mountainbike und, 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 wenn ich mich so abstütze. Bei den älteren Patienten sind die Frauen häufiger betroffen als die Männer und da spielt die Osteoporose schon eine große Rolle. Da reicht dann ein Bagatelltrauma, also ich stolper und stütze mich einfach nur ab und stütze auf das Handgelenk und dann bricht er aber eben in einer anderen Form. Also es gibt dann Splitterbrüche mit Gelenkbeteiligung, es gibt nur einfache Brüche, die so rüber geschoben sind und das muss dann eben alles sozusagen mit ins Kalkül ziehen, wenn man mit dem Patienten bespricht, ich habe das Handgelenk gebrochen, es ist geröntgt worden, es ist eingerichtet worden, es ist jetzt stabilisiert worden, zunächst mal mit einem Gips, weil wir operieren sowas in der Regel nicht gleich, sondern erst nach fünf bis sieben Tagen, wenn es abgeschwollen ist und dann besprechen wir das sozusagen dann nach drei Tagen in der Sprechstunde, so was wollen Sie denn machen? Möchten Sie die konservative Therapie oder die operative Therapie? Genau, Stichwort Operation, wie geht das jetzt? Operativ ist es so, dass es mittlerweile das häufigste ist, da hatten wir früher Angst vor. Man muss natürlich schon sagen, bei der Operation, da gibt es also einen Krankenhausaufenthalt, es muss operiert werden, es gibt eine Wundheilung, die idealerweise gut verläuft und wir müssen eben Fremdmaterial einbringen, wir müssen das einrichten im OP und das machen wir in der Regel mit einer Plattenoste-Synthese, also winkelstabile Platten werden da eingebracht. Das hat also jetzt den Vorteil, dass diese Operation, die eine halbe, dreiviertel Stunde dauert, dass wir im OP den Bruch darstellen, das einrichten, genauso wie es vorher war. Und dann ist das in dieser Stellung, wie es vorher war, hingestellt und da wird dann eine Platte draufgeschraubt, eine winkelstabile Titanplatte. Da haben Sie genau so ein Modell. Da habe ich ein kleines Modell mal mitgebracht, dass man einfach nur mal weiß, man denkt dann immer, da wird eine Platte eingebracht und das ist jetzt irgendwie was Großes, Metallisches, was irgendwie stört und da sind, wir haben ja jetzt ganz viele verschiedene Systeme, aber was häufig ist, ist eben so eine winkelstabile Plattenoste-Synthese aus Titan, die anatomisch angepasst ist an den Knochen. Das heißt, ich habe das nur mal mitgebracht, um zu zeigen, das liegt also ganz flach auf dem Knochen auf, steht nicht über, stört überhaupt nicht und diese winkelstabilen Plattenoste-Synthesen, das heißt, die Schrauben sind ganz fest in der Platte verankert. Das hält dann so, wie das jetzt hier eingerichtet worden ist im OP, dann wird der Knochenbruch hingestellt, wie er anatomisch war. Das ist ja das Entscheidende, damit Sie später nicht so starke Probleme haben mit Ihrem Handgelenk, dass die Anatomie wiederhergestellt worden ist. Zum einen, zum anderen soll es aber auch so stehen bleiben. Und das machen wir mit solchen winkelstabilen Platten. Da gibt es auch andere Systeme, Drähte, Schrauben und was man nicht alles macht. Man kommt noch ein bisschen auf die Bruchform drauf an. So, aber diese Platte ist jetzt da drin und jetzt haben Sie den Vorteil, wenn Sie das operieren lassen, dass es so bleibt und dass Sie keinen Gips brauchen. Überhaupt nicht. Kein Gips. Also wenn es eine Trümmerfraktur ist und die Gelenkbeteiligung da ist und Stufen in der Gelenkfläche sind, dann kann es sein, dass der Operateur sagt, wir machen noch so eine Handgelenksbandage drum mit Klettverschluss, einfach nur noch zur zusätzlichen Sicherheit. Aber im Prinzip von der Sache reicht es, wenn da ein Pflaster draufkommt, die ersten zwei Tage eine elastische Binde und dann kommt hier nichts mehr drauf. Und jetzt ist das Entscheidende, wenn Sie so ein System verwenden, was winkelstabil ist, dass Sie es gleich bewegen sollen. Also das, was wir vorher gesagt hatten mit der konservativen Therapie, sechs Wochen Gips und eine Orthese, das fällt alles weg, sondern Sie sollen quasi am ersten postoperativen Tag das Handgelenk gleich bewegen, weil es kommt dann nicht zur Verklebung und Sie haben nicht so eine Schwellung. Die Schwellung können Sie rausarbeiten. Sie kriegen, es gibt so verschiedene Folgeerkrankungen, die noch sein können. Also das Arthrose-Risiko ist deutlich gemindert. Sie haben diese Gefahr vom Morbus Sudek, also dass man so ein Schmerzsyndrom bekommt, eben nicht. Und Sie haben eben sozusagen gleich die Beweglichkeit der Finger und die Beugesehnen sind gleich in der Bewegung und verkleben nicht. Denn wenn Sie das Handgelenk mit allen Gelenken, viele kleine Gelenke, Handwurzelknochen und die Sehnen ruhigstellen für sechs Wochen und danach anfangen, das zu bewegen, dann ist die ganze Gelenkkapsel geschrumpft. Da brauchen Sie ewig, bis Sie das mit der Physiotherapie wieder hinbekommen. Ja, genau. Also wenn man das nicht operiert, sondern eben konservativ macht. Aber bleibt die Platte drin? Die Platte ist aus Titan. Die hat also keine Metallreaktion. Die stört nicht, die steht nicht über. Das ist wichtig, dass sie nicht übersteht. Ja, wenn Sie so eine Metallkante haben, die Sie immer am Handgelenk spüren und immer bei, wenn Sie Liegestütze machen und Sie merken, das drückt mich immer so an der Stelle und das stört, dann ist das ja nicht so gut. Und deswegen werden die anatomisch sozusagen angepasst an den jeweiligen Knochen, dass sie idealerweise überhaupt nicht überstehen und eben eigentlich dadurch kein Fremdkörpergefühl machen können. Insofern ist die Empfehlung die, wenn Sie das operiert haben und die Platte ist da drin und der Knochen ist geheilt nach sechs Wochen, dauert das auch sechs Wochen und drei Monate, bis er belastungsstabil ist, dann kann die Platte drin bleiben, wenn sie sie nicht stört. Es gibt ja Patienten, die haben das Gefühl, es ist wetterfühlig oder ich habe irgendwie ein Fremdkörpergefühl in meinem Körper drin und ich möchte das gerne irgendwie raushaben. Dann sollte man es rausholen nach einem Jahr, nicht nach fünf Jahren, weil dieses Titan wächst ein im Knochen, das überwächst mit dem Knochen, das wird dann eins. Und wenn Sie es nach fünf Jahren rausholen wollen oder müssen, dann ist es schon ein größerer Aufwand, dann muss man das richtig rausarbeiten. Dann dauert das alles viel länger und der Flurschaden ist möglicherweise größer. Das heißt, die Metallentfernung als solches wird nicht per se empfohlen, das muss also bei allen rausgenommen werden, sondern die Empfehlung ist eher die, dass man es, wenn es nicht stört, dass man es drin lässt. Kann die Platte kaputt gehen oder können die Schrauben sich lockern, wenn es drin bleibt? Am Anfang ja. Das ist ja immer so, die Platte hält es am Anfang und da muss der Knochen heilen. Wenn der Knochen geheilt ist, hält die Platte nichts mehr. Die macht aber auch nichts da drin. Wenn aber die Knochenheilung gestört ist, das heißt, der Knochen heilt nicht, dann kann es sein, dass die Schrauben sich lockern und eben, wenn ich nochmal drauf falle und der Knochen noch nicht geheilt ist, kann die Platte verbiegen oder eben durchbrechen. Das passiert bei den neuen, regiden, also neuen, festen Stoffen, die wir jetzt da benutzen, in der Regel eigentlich nicht. Das gab es früher mal. Und auch durch diese Winkelstabilität, das heißt, die Platte hat ein Loch und in dem Loch in der Platte ist die Schraube und die verblockt sich mit einem bestimmten Winkel, den ich als Arzt festlege, da drinne und dann ist das schon fest und die Gelenkfläche ist angehoben in der anatomisch richtigen Position und kann dann so festhalten. Vielen Dank für das interessante Gespräch. Bitte sehr. Und wir sehen uns wieder auf www.ersleepers.com, auf Facebook und auf YouTube. Werden Sie gesund! Vielen Dank. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020